Ok. Wer killed in Random an Anfang? Wir sind wieder online am Start Und ficken mit WizKies Mitter mijnm apparat Jetzt müsst ihr lachen merely ah 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 Ok! Gut gemacht wie ich Dank Quartier in my AFK So wann? Jede Runde, ne? Jede Runde! mag ich umzustellen ok Simon, hey, jede Runde, jede Runde, Simon Mann, Simon, Simon und am Ende ist das halt echt und wir können ihn die ganze Zeit erschießen ok, Servan, wir sind jetzt ein Team oh Gott wir sind ein Squad, ok? ok, ist gut, lass mal lass Simon erschießen wenn ihr mich erschießt, dann hör ich euch ab das ist langsam verrückt wenn ihr mich erschießt, dann knall ich euch ab, ok? ja Nietz schießt auf mich wir marschieren, wir marschieren maschinen marschieren, nicht maschinen nein, die Maschinen sind im Vormarsch ja, wie so geht das ok, Nietz klingt ein bisschen verstörend warum bin es ich, Simon? ja, weil du auf mich geschossen hast ich habe in deine Richtung geschossen, aber ich habe nicht auf dich geschossen ja, ok, ich war doch auf 6 runter geschossen ich habe nicht auf dich geschossen, ich habe in deine Richtung geschossen, du kleiner Dummerl aber irgendwer schießt, du schießt auf mich ich weiß nicht mal mehr, wo du bist alter, da hat wer reingeschossen, Silvan, hast du gesehen? ne, das weiß ich nicht ja, wenn du hinter mir bist, wirst du wohl nicht hier reinschießen natürlich ich besiege die Nosecope ja, das ist wirklich die Schöne, oder? krass, ihr seid jetzt echt nicht, wir laufen hier mit einer Leiche rum ok, Silvan, ok, ok, wir verstecken, wir verstecken stepp noch nicht kaputt machen, wirklich nicht kaputt machen was geht, wo bist du denn? wir sind 100% hier drin der unsichtbarer typ ist hier guck dir die leichen an ja hast du die alle weg guck dir die an ich bin im tierraum hinter dir ist einer noch ja ich will nur mal wie heißt das item also ich bin Puff, ich blege mit dieser alte T wie heißt das item, sag ich bin nichts, muss ich mich angucken guck mal vor, guck mal hinter euch, guck mal hinter dir siehst du vielleicht, guck mal an einen rein ja bist du nicht Silvan, bist du nicht doch, nur Centro nicht, no name ich denk's mir auch so, ihr steht ja so zu zweit äh, Silvan ist tot, ich glaube es oh maaan, Hilfe Hilfe nein Gott verdammt scheiße ich brauche eine bessere Waffe das ist die gleiche, geil kommt und holt mich ich glaube du bist T Nein ich glaube es ist Simon oder du ich weiß es nicht, Hilfe Mami guck mal jetzt oben rechts ja ich weiß, dass du T bist ja wo soll ich guck äh, du bist T du bist T du bist markiert, alter ich weiß, dass du ein T bist ja found body oh god scheiße scheiße ich bin T ich soll mich selbst umbringen ok, ok das tut in den Braut du bist 5 Punkte für T äh, da ist ein eingesetzt ich habe aber keine Ahnung, wo du bist bist wer ist das unter mir umstehen oh ne da hinten Hey meine Leiche, kann ich die auch? Geh mal zum Teoraum. Geh mal zum Teoraum. Ich spiel nicht mit bei deinem Krankenspielchen. Ich mach nix. Ich spiel nicht mit bei deinem Krankenspielchen. Geh bitte da hin. Geh bitte. Bitte. Mir gefallen. Mach nix. Geh da nicht hin. Mann, hast du grad den Puls zugemacht oder was hast du getan? Jetzt komm doch hier runter. Oh, die klappt mit meiner Rutsche drin. Nein, bist du nicht. Ich hab das Geräusch gehört. Du bist unten. Nein. Nein. Leute, wie guckt ihr das nicht mitbekommen? Guck mal die Löcher da rein. Ich hab dir alle noch geguckt und die hab's nicht gerafft. Die anderen Meischen. Tee. 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 Mann. Wir haben zu viele Tees. Ja, ich war da nicht. Ja, ich war da auch nicht. Ich wurde von Simon verschossen. Einfach so. Simon, du schweißt. Lieber, hast du ihn eigentlich erschossen? Ja. Lieber, hast du ihn eigentlich erschossen? Ja. Lieber, hast du ihn eigentlich erschossen? Lieber, hast du ihn eigentlich erschossen? Ja. Lieber, hast du ihn eigentlich erschossen? Ja, hallo. Weil ich nicht wusste, wie viele Traitor wir haben. Was mit den Weichen der Linken nachgucken? Ja, natürlich. Dann hätte ich natürlich auch Whisky so lange leben lassen. Echt nicht. Ja, ist halt echt die ganze Zeit neben mir gestanden. Und diese Toms zum Nachladen braucht's. Ja, aber. Welche? Die Thompson? Ich höre jetzt. Ich bin zu oft Imo, ich muss das mal umstellen. Ich bin öfter Traitor. Was war das denn für eine Runde? Der random war T. Tim war T. Und Spawn. Der random? Der, 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 ARK. Random. Imon, du bist proven. Ich hab gesehen, wie du drauf geschossen hast. Aber ich hab nicht gesehen, wie du drauf geschossen hast. Ich hab nicht gesehen. Ja, deswegen bist du mehr proven. Ja, weil ich hab jetzt nicht mehr Minus 20, sondern nur noch Minus 8. Wow. Ich hab... Du bist neun? Dass da Karla die meisten Punkte hat. Da ist man schon nicht da und dann sowas. Macht Spaß. Mann. Ich töte gleich den RF, Alter. Nein, Sylvain. Das ist mein Kill. Ich guck rein. Er war Inno. Ich war einfach kein Kill. Du kannst auf deinen Skaukel gucken. Auch Rona ist noch nicht vorbei, er war Inno. Wie unerwartet. Ey Sylvain, geh weg von mir. Sylvain ist hinter mir. Ich hab Angst vor ihm. Ich weiß, du erschießt mich gleich. Ich vertraue dir grad irgendwie überhaupt nicht. Ich geh einfach weg, sonst schieße ich echt gleich. Ja, dann müssen wir, dass du Traitor bist. Ja, dann müssen wir, dass du Traitor bist. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Ehm. Jjjj. Bist du dir übernommen. Ehm. Ehm. Aber Whisky, ich vertraue dir jetzt. Aua. Aua. Okay. Ich vertraue dir jetzt Whisky. Ich schieße echt gleich auf dich, wenn er nicht weg ist. Komm jetzt weg, dann weg. Wird gerade irgendjemand in die Arme. Ah. Hier Cloak device. Ist gerade vor mir einer rumgelaufen. Komm jetzt, Whisky. Es ist keiner von euch. Irgendjemand ist im Cloak device. Ja, okay. Gut zu wissen. das kann doch nicht sein wir haben Whisky gesehen, Whisky ist unsichtbar weil es auch definitiv nie andere gibt die es auch nutzen Whisky ist unsichtbar ich hab mich versteckt Whisky ist unsichtbar ich bin nicht unsichtbar, ich hab mich hier im kleinen scheiß Klo versteckt hier hab ich mich versteckt ja, ist klar da war Moment, da wurde gesprayt Nils ist es, hier wo ist Nils da vorne da vorne ist er, da vorne, Sylvan hier war grad hier das ist meine Kabine jetzt geh weg, Simon Boah, ey, ich dachte ich dachte, ich bin da rumlaufen